Okay, aufgenommen, sind gut geworden. Wir machen einfach mal weiter. Ich bin nicht auf Drogen, ich bin nicht auf Drogen. Hoppallon! Okay, wo bin ich denn? Ich würde eigentlich ein Affen eigentlich von hinten. Nee, das muss ich denken. Yeah, man, wir sind ein Engel, ein Früher Engel, los go! Lalalalalala, lalalalalala. Mhm. Interessant, interessant. Geh weg. Ähm, ah, ich freue mich. Ja, ich bin schon. Haha. Komm, geh vor mir, komm! Oh, komm, ich bin noch nett, Leute. Komm, geh vor! Hahaha, weil ich sterb da, weil ich sterb. Stopp dran! So. Sind das eigentlich Verteile? Hab ich auch schon mal gefragt. Und, wer ist hinter mir? Ja, ho! Ja, ist doch doof, ey! Also, ich glaube, wir nehmen die Abkürzung nicht nach hinten, oder? Ja. Ich meine, ich habe gefragt, oh, wo habe ich jetzt die Schildkollding geschlossen, wenn ich da hinten schieße? Ah, stimmt, hinten mal ja der andere. Wow, den Likofen ist für Engel, ne, ne, ne! Was heißt du, hässlicher, komischer, rot, stinke Pilz? Und du, komischer, hässlicher, Dino, Drache, der nicht ausgestorben sein müsstest? Oh, schön. Guck, was war denn das? Ich habe gar keine Banane gehabt. So, pass auf. Eih, ach, stimmt, wir können... Eih! Ähm, ja. Nemo an mich... Nemo? Äh, Memo. Memo an mich selbst. Neue Reifen kaufen. Endlich mal aufhören, Pilze zu schlucken. Und den komischen Pilz hier in die Pfanne hauen. Du hässlicher, komischer, Dino, weißt du das? Du gehst... Tschüssi! Ah! Komm, ich springe auf dich, da bist du platt, Alter. Wisst ihr? Das ist gerade... DIN! Die Schildkröte schluckst du noch. So, ne, hässlicher, feines Sau, der... Äh, guck, verpiss dich. Ich bin so ein Fettsack, Alter. Du breitest viel, nimmst die ganze Bahn ein. Tschüssi. Wollte andere Motoren einbauen. Und dann mal den Panzer abnehmen. Oh, ne Banane. Wird's mir Angst machen. Oh, an der Koffer ist jetzt ein bisschen blöd. Ah, habt ihr das gesehen, wenn ich die Koffer genommen hab? Ja, Mann. Auch heiß ist ein Schlapp, Schlapp, eigentlich verschwunden, ich weiß es nicht. Komm her, du hast die Betrache. Ha, heißlich. Weiter geht's. Ich stelle an der Koffer. Ah, du Spacko. Komm, komm, Schatten. Ah, komm, in den Windschatten, Mini, in den Windschatten, in den Windschatten, in den Windschatten, in den Windschatten. Boah, ist das hier ein Koffer an den Kopf rennen? Das ist so spannend. Oh nein. Und er verliert natürlich wieder. Haha, ihr kleinen Pinner. Ah, ihr kleinen Pisser. Damit hat er nicht gerechnet, ne? Hier, wir gehen. Ah, scheiße. Mini, mach Sprint. 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 Ja. Hier, wir gehen. Du hässlicher Pilz, du alter, dich zerhacke ich, alter. Dich tue ich zu meinen komischen chinesischen Nudeln hinzu. Dich schicke ich nach Japan, du könntest ich mit Insekten verspeichen. Ja, verspeichen. Meine Sprache. So, ihr seht, es wird noch richtig, 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 richtig spannend, wer den ersten Platz macht. Drückt mir die Daumen. Go. Bam, bam, bam. Bowser's Boah. Das wird brutal. Und der perfekte Start von Luigi. So, wir wollen es ja ein bisschen spannender machen, wenn der weiß, wer... Ah, die Aufnahme kackt ab. Ah, die Aufnahme ist gerade abgekackt. Na toll. Und ich, natürlich, versiere das wieder meinem wichtigsten Rennen meines Lebens. Oh, oh, oh. Ich muss sagen, die Steine sind bei der Nintendo 64 Version. Also von einer, die ich kenne nicht. Und die jetzt mit dem Emulator irgendwie besser aus. Das war... Haha, stopp dran. Haha, er ist letzter. Aber ich auch. Los. Fick dich. Nein. Stimmt, ich gehe noch mit der Zuschauer. Huuu. Aber wette, die Hälfte ist jetzt da runtergefallen. Jetzt wird Action gemacht. Ich muss vor Yoshi kommen, dann habe ich gewonnen. Sorry, wenn ich gerade so leise bin, ich muss mich konzentrieren. Jetzt schon mal jetzt... Ach, das war ein bisschen klar, dass die hässlichen Steine in der Fall... Und go! Komm her, du Affe! Aber der Affe hat Warlick an. Aber eindeutig. Wir müssen mal gekriegt werden. Komm, Bowser, dich banne ich auch mal. Kommst du mal her? Aber wir können ja so schnell sein. Komm, ich mach mal Speedtake an, also. Das ist echt wieder ein paar Schluckpilze. Das ist Speed, Alter. Ha! Sag ich doch. Wow, jetzt auch... Ja, muss ich legen aber auch fies, die Bananen. Aber ich hab wohl zwei Bananen gegessen, fällt mir gerade auf. Und ich bin kalt. Zweimal, glaube ich, ausgerutscht. Und wie sieht es aus wie ein Vorsprung? Na ja... Ach, dein Freund ist der hässliche, komische Suppenpilz. Komm her, du Suppenpilz. Giftpilz. Komischer Portepilz. Was weiß ich? Ah, natürlich ist das so klar. Geh weg, du fetter Stöp. Warte mal. Kann ich da ausrutschen? Wenn hinter mir Yoshi ist... Ich würde nicht so ausrasten. Aber das ist ein Geist an. Boah, das wird so spannend. Guck mal, Guck, vielleicht. Wer schafft es? Yoshi ist hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Jetzt kommen die Bananen. Nein. Nein. Es scheint vorbei zu sein. Es ist nicht vorbei. Ja! Ja, verdammte Kacke. Ja! Du hässlicher, kleiner, dino, grüner, kotzen Vieh. Ja! Ja, Mann! Schau doch das! Also, wenn das jetzt kein Luck war, bin ich Erster? Jetzt bin ich gespannt. Oh! Nein! 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 Dombi kommt es erst da! Nein! Dieser hässliche Affe aus dem Schummel! Dieser hässliche Bananenfresser! Aber wir gucken, und trotzdem, unser Sieg ist er. Komm, komm. Das müssen wir uns auch antun. Ach komm, das müsst ihr für mich doch nicht tun, ey. Der Affe! Ja, ich hab dem Vorsprung gegeben. Ich mein, Tieren. FT. Ja, WTF. Wisst ihr? Ja, guck mal. Sieht doch viel besser aus, als wenn ich Erster wäre, oder? Das wäre so eine Diskriminierung zu den Tieren. Guck dir mal die Schnauze von denen schon an. Sein Mund ist breiter als mein Kopf, aber... Das war ohne Scherz. Ah, der ist aber schon ein Badebreiter als sein Kopf. Oh, das Dickfisch! Ja! Was der wohl hat! Oh! Und BOOM! Mein Pokal! Natürlich nicht doch nicht von seiner, sondern von meiner. Und der ist Silber. Silber ist immer besser als Gold. Dum. Dum. Dun-dun-dun. Da-da-da-da! Da-da! Da-da-da! Ja, und das war schon wieder unser Let's Play zu Nintendo 64 Mario Kart. Ich bin Luigi, number one. Ja, ja. Wir wissen alle nicht, was er gesagt hat, aber ich denke mal, er hat irgendwas Schönes gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.